So, das ist es, worauf wir heute hinaus wollen, eigentlich ein sehr bunter Kranz und das Erstaunliche ist, der besteht im Moment aus 2000 kleinen Zylindern, die auf bestimmte Weise angeordnet sind nämlich auf einem Torus und dass das mit wenigen Klicks möglich ist, verdanken wir dem Mesh-Network und das Mesh-Network werden wir jetzt massiv einsetzen. Wir erzeugen zunächst mal einen Zylinder, ja jetzt mein Handy will jetzt auch noch was von mir. Diese Zylinder ist grau und es ist genau einer da. Ich möchte mal euch darauf hinweisen, Windows Outliner. Der Outliner zeigt euch, welche Dinge hier in der Szene sind. Das Perspektiv-Fenster, durch das wir gerade gucken, andere Fenster von oben, von der Seite und so weiter sind auch da, die lauern im Hintergrund, die könnten wir durch die durchdrückende Space-Taste aufrufen. Aber das hier ist der Zylinder, den wir gerade in die Szene gesetzt haben. Jetzt gehen wir zum Mesh und erzeugen ein Mesh-Network. Create Mesh-Network. Wir klicken einfach hier drauf. Der Zylinder verschwindet und er taucht wieder auf. Und zwar verschwindet er deswegen, weil er jetzt hier eingegraut ist. Das war unser Zylinder. Und das ist jetzt unser Mesh-Network. Der Zylinder, den wir hier sehen, ich klicke ihn mal an, ist Mesh-Repro-Mesh. Das ist sozusagen eine Reproduktion des alten Zylinders, mit dem wir angefangen haben. Wenn ich den hier bewegen möchte, geht das nicht. Ich bewege den hoch und runter, da passiert überhaupt nichts. Der ist jetzt unter Kontrolle von Mesh. So, Mesh ist dafür zuständig, viele zu haben. Und das findet man hier unter dem Reiter Mesh-Distribute. Im Moment sitzt es auf zehn Stück. Ich sehe zehn Zylinder. Sollte ich sehen, sehe ich aber eigentlich nicht. Das liegt daran, dass die Distanzregler, also in welcher Distanz die voneinander sein sollen, noch nicht aufgedreht wurden. Ich habe hier eingestellt linear. Das ist der Verteilungstyp. Das heißt, die sollen in einer Reihe erscheinen und habe hier die Untersektion linear aufgemacht. Wenn ich jetzt hier die Distanz in x aufmache, sehe ich, wie zehn Zylinder sich in einem gewissen Abstand breit machen. Wenn ich die mal so hinstelle zum Beispiel und ich gehe jetzt die Skalierung so hin, dann kriege ich Orgelpfeifen. Das ist eine genial einfache Methode, um wirklich komplexe Geometrie herzustellen. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass wir das hier mit, sagen wir mal, 400 machen. Dann kriegen wir so was. Und dann brauchen wir natürlich eine viel größere Distanz von dem Ganzen. Vielleicht auch mal von 300. Und dann kriegen wir eine Riesenbahn. Also so hat man ganz schnell einen Zaun nach Mexiko zum Beispiel, eine große Mauer hergestellt. Wir gehen jetzt wieder zurück hier. Ich mache mal verträgliche 20. Und die mache ich ein bisschen näher aneinander. Und ich drücke mal die Taste A, dann werden die alle schön eingeframed. Man kann die verschieden verteilen, zum Beispiel in Form von so einer Radial, wie heißt das denn, so Form von einem Kreis, auch auf einer Kugel. Das sieht man jetzt wenig klar. Aber wenn ich ein paar mehr davon hier reinsetze, ich kann diesen Wert auch manuell überschreiben, schreiten, schreiben. 400 Stück, dann sieht man, die haben sich jetzt an der Kugel ausgerichtet. Was ganz besonders mächtig ist, ist dieses Werkzeug. Ich gehe hier auf Mesh. Mesh ist die Geometrie. Ist was anderes als Mesh, wie man dieses Network hier genannt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Geometrie brauche ich und wozu? Sage ich gleich. Ich nehme mal einen Torus. Den mag ich grundsätzlich gern, weil er so komplex ist und sich mit einem Klick darstellen lässt. Wenn ich hier bei der Torus Entstehung den Radius ein bisschen vergrößere, komme ich auf das hier. Und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Und jetzt muss ich mir wieder meinen, also ich will eigentlich, dass diese Zylinder jetzt sich nicht in Form von dieser Kugel ausrichten, was sie im Moment tun, sondern da drauf sich ausrichten. Die sollen da drauf hängen. Also diese Geometrie, der Torus, gibt denen vor, wo sie zu sein haben. Dazu gehe ich wieder zurück in den Outliner. Ich habe ihn minimized hier in Windows. Das heißt, ich hole ihn von unten wieder heran und klicke wieder auf Mesh. Mesh habe ich meine Distribution. 400 Stück habe ich gerade und dann klicke ich die Sektion Mesh auf. Warum passiert noch nichts? Es passiert deswegen nichts, weil ich kein Input Mesh verbunden habe. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, sagt er Accept Mesh. Also würde Geometrie akzeptieren. Ich muss ihm nur sagen, not connected, ich muss ihm sagen, ich habe eine für dich. Und die Geometrie ist eben der Torus hier. Im Outliner sehe ich ihn. Ja, jetzt habe ich wieder das verloren, aber hier möchte ich eigentlich rein. Und das geht jetzt mit der mittleren Maustaste. Es ist wirklich wichtig, nicht mit der linken. Die linke bringt hier überhaupt nichts. Die mittlere ist die typische Verbindungs- und Vernetzungsmaustaste. Ich gehe also mit der mittleren Maustaste auf Polygon Torus 1. Bewege den hier rüber und gehe auf Not Connected und jetzt ist es auf einmal Connected und ich sehe auch sofort, was passiert. Nämlich, dass sich diese wie die Pickel auf diesem Torus ausgerichtet haben. Ich finde es fantastisch. Ein wirklich fantastisches Tool. Wenn ich auf Repro gehe, klicke ich auch immer noch gerne aus Use GPU. Das heißt, meine Grafikkarte benutzen. Die rechnet solche Dinge ungemein gern. Jetzt verstecke ich mal den Torus mit der Taste Steuerung H. Das steht für Height. Und jetzt habe ich hier mein schönes Areal an Objekten. Wenn ich die auswähle, dann kann ich noch etwas dazu tun, nämlich die Color. Die sind im Moment ja alle grau. Wenn sie jetzt nicht ausgewählt grün aussehen würden, dann wären sie grau. Ich erzeuge hier ein neues Mesh Network, nämlich Add Color Node. Eigentlich kein neues Mesh Network, sondern ich tue zu dem bestehenden Mesh Network einen Farb, ein Farbding dazu, ein Farbmodul. Und das ist ganz grell weiß und das macht sich hier auch überhaupt nicht gut. Ich könnte jetzt hier draufklicken, eine Farbe wählen, zum Beispiel Rot oder Gelb. Ich klicke aber hier drauf, um etwas Komplexeres zu wählen und zum Beispiel Mandelbrot. Das heißt das Apfelmännchen und damit habe ich eine ganz bunte Anordnung von diesen Objekten. Wieder zurück in den Outliner. wieder auf Mesh. Und hier muss ich den Color Node suchen. Wo ist er? Hier. Mesh 1 Color. Und bei Color haben wir jetzt Zufallseinstellmöglichkeiten für die Farbe, für die Sättigung und für den Farbwinkel. Da kann ich die Sachen zum Beispiel so etwas verändern. Hier und hier mache ich die dunkleren Werte weg, die helleren Werte und so weiter. Random Seed bedeutet, wie dieser Zufallsverteilungsgenerator arbeiten soll. Der fängt immer mit einem Keim an, von dem er sieht eben, von dem er anfängt zu zu rechnen. Das hier ist sozusagen dann reine Geschmackssache, wie man das handhabt. Wir sind jetzt fertig mit diesem Tutorial. Ich möchte aber die Menge von den kleinen Zylindern, die auf diesem Torus, der jetzt nicht mehr zu sehen ist, sind noch erhöhen. Und ja, wo sind die gleich wieder? Distribute, Mandelbrot. Nein, ist er auch nicht. Ist er auch nicht. Mesh 1 ist er auch nicht. Ich glaube doch, bei Distribute ist er bei Mesh. Genau, da muss ich nämlich noch ein bisschen höher gehen. Da habe ich im Moment 400 Stück. Über mir ist ein Hubschrauber und ich gehe jetzt mal auf 1000 oder ich gehe vielleicht sogar auf 2000. Und dann kriege ich diesen wunderbaren Kranz, mit dem wir angefangen haben und freuen uns über diese extrem einfache Verwandlung eines einfachen Zylinders in ein so nettes Kränzchen.